Vom 30. März bis 2. April 2023 findet im Areal Böhler die fünfte Auflage der Art Düsseldorf statt. Doch was erwartet die Besucherinnen und Besucher auf der Kunstmesse? Den Zuschauer, den Besucher erwartet hier eine ganz aufgeräumte, qualitativ hochwertige Messe. Es ist einfach eine große Freude hier durchzugehen in diesen lichtdurchfluteten Hallen. Alle Galeristen haben sich wirklich wahnsinnig Mühe gegeben, das Beste aus ihrem Programm zu zeigen. Und das merkt man an jedem Stand. Die ausgestellten Werke stehen auch zum Verkauf. Doch wie groß muss mein Budget hier sein, wenn ich etwas kaufen möchte? Es ist tatsächlich für jeden was dabei. Das ist uns total wichtig, dass es hier nicht eine Veranstaltung ist, die nur auf professionelle oder sehr erfahrene Sammler abzielt. Sondern wir wollen und wir bieten auch einiges dafür, dass junge Leute oder Leute, die einsteigen wollen in das Kunstsammel A, hier erfahren, wie das geht. Weil hier gibt es 95 Leute, die Sie da hervorragend beraten können. Und dass auch für jedes Budget etwas dabei ist. Also es geht im dreistelligen Bereich los und hört im siebenstelligen auf. Aber man kann zum Beispiel online in dem Shop, kann man sich einen Filter aussuchen und einstellen, das Budget, was man hat, wofür man sich interessiert. Und dann kriegt man die 200, 100 oder 50 Arbeiten angezeigt und kann dann ganz gezielt zu den Galerien hingehen und nach diesen Arbeiten fragen. Die Art Düsseldorf läuft noch bis zum 2. April 2023. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß. Wir wünschen allen Besuchern. 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 Wir wünschen allen Besuchern.